Patricia. Ich bin ernährungsfachliche Beraterin. Ich bin als Praktikantin bei Nestle eingestiegen 2016. Berge. Ich lieb's Wandern, ich liebe die Natur. Ich finde, so weit man in den Bergen ist, er ist ja kopffrei. Thai-Curry. Das sollte man immer bestellen. Früher war es mal Party, mittlerweile ist es Netflix. Ja, wenn man mir ein Lächeln schenkt, da freue ich mich auch schon drüber. Ich glaube eher, dass es kleine Sachen braucht, um mich zu freuen. Barcelona. Fand ich eine coole Stadt. Ich würde sagen Empathie. Ich schaff's nicht immer so pünktlich zu sein. Lieber aufs Land. Ich habe das genossen, als Kind am Land groß zu werden. Die ganzen Traditionen und Wälder gleich um einen drum herum. Vielfältig, positiv aufregend und abwechslungsreich. Klarinette und Saxophon. Ja, ich spiele auch schon echt lange. Das ist seit der fünften Klasse eigentlich. Die Chef schwarze Knoblauchpaste. Die ist sehr gut. Glücklich und zufrieden zu sein. Das ist so gut. Ich schaff's nicht so gut. Vielen Dank.